Ich schließe mich mal dem Convoi dort an. Dann geht die Action ja jetzt zu fünft ab. Sind wir unbesiegbar? Ja. Dachten wir gerade auch und sind ordentlich abgekackt. Deploy mal bei F. Auch gleich im Auto drinnen, nice. Machen wir einfach durch zu A? Ja. Ich bin stärker. Alles gut, alle Bomber. Komm, Schlimmer, komm. Ich habe gesagt, wie man nicht sagt. Ja, es ist nur ein Bomber, alles gut. Die zwei Bomber werden. Oh, du meine Güte. Ja, ich bin draußen. Ich bin da. Steigt einfach mal aus, der Typ. Ich komme mal zu euch. Ich bleibe nicht rum. Ich bleibe nicht wählen. Alter, Delta sind zwei gepanzerte Fahrzeuge. Fuck. Hau Witze. Sterb doch. Enemy Hit 74. Abkaken. Ab ins Auto. Ich spiel übrigens immer irgendwie nie die Deutschen, ne? Hab ich das Gefühl. Boah. Ich fahr los, ich fahr los. Aber hin. Ich kann. Den hab ich noch getötet. Ich spawn bei Halimani und steig mitten auf dem, in der Wüste ein. Ich bin jetzt bei B. Ich bin im Dreck. Ich bin auf dem Weg nach B bis Snappert. Von wo? Weil ich bin auch auf dem Weg nach B. Da steht ein Pferd. Ich bin noch nie geritten. Zeit wird's. Ja, das hab ich da grad stehen gelassen, weil ich bis Snappert wurde auf dem Pferd. Ich fahr los. 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 Oh. Alles klar, ich werde nicht bis Snappert. Es stellt sich einer vor mir hin und schießt mich vom Pferd. Ich fahr los. Die laufen zu A. Die kommen mit dem Fahrzeug zu B. Ihr müsstet die eigentlich gerade gesehen haben. Die sind auf dem Weg. Ich bin direkt tot. Ein Tankwinner, die höre ich auch. Ich bin bei A eingestiegen. Wir sind bei B. Also wenn er wollt, kann er da gleich spawnen, wenn er könnt. Aua. Da schießt du schon wieder. Oder eigentlich zu B. Ja, ich hab den HIP bekommen. Wo? Ich bin bei B. Keine Ahnung. Richtung Delta. Ja, er macht einen Schoss. Schoss von mir. Ich kann den spawnen. Ja. Boah. Einer im Haus drin. Vor allem Pascal, die kommen, die sind schon da. Ja. Ich guck schon. Ey, als ich geguckt hab, kamen die erst. Direkt vor mir. Ich würde gerne mal als Medic eine andere Waffe nehmen, aber es gibt nur Scheißgnaben. Welche hast du denn? Na, die erste mit besserem Sniperaufsatz. Und es wird B zumindest wie eingenommen. Geh ich mal gleich bei B rein. Mhm. Los, komm. Komm. Boah, es sieht mal gut aus. Wie gewinnen wir in der Runde? Was ist los hier? Wow. Es sind 10 Tickets, die wir mehr haben. B wird nicht eingenommen. Ich spawnen bei C. Ja. Soll ich B als C markieren, dass wir B jetzt angreifen oder was anderes? Ja, mach das. Lass mal zusammenbleiben, damit ich euch reviven kann. Alter, ich werd schon wieder beschossen. Ja. Ich bin aus dem Loch, da steckt einer drin. Ja, hier gibt's ein Late Video. Rechts vom Haus. Ach, rechts vom Haus. Ich bombe das Haus zu. Wo ist hier eigentlich die Wand hin? Oh Gott, da kommt ein Tank. Direkt raus. Oh. Oh. Tank creeper, 1S. Damit die wird sich nicht beschweren können. Lauft. Mich nicht beschweren können. Alter. Ich lauf weg, erschieß einen und wer hat sofort vom Tank gefrackt. Ich hab das Gefühl immer, ich bin der einzige auf dem Schlachtfeld, den man sieht. Wow. Oder du der einzige, der markiert ist. Ja. Komm um die Ecke, Tank. Ich hab dich vorher gewarnt, dass ein Tank gehen könnte. Ja? Ja, ich bin da weggerannt. Und dachte ich bin raus aus der Geschichte. Geh zum Wasserturm. Ähm, wo ist der Wasserturm schrott? Wie? Alter. Was war denn das? Panther auf uns. Da ist drauf laufen. Rennt. Oh. The enemy Horse Run! Check this. We are almost ejected. Horse rounded. We are almost ejected. We are almost ejected. Schieß ihn um, Patrick. Patrick hat auch daneben geschossen, ich hab's genau gesehen. Ich hab ihn aber nicht gekriegt. Was ist ein Flammeervertypi? Ich treffe mich. Alter der hat unglaublich HP, oder? Warte hier. Ja. Okay. Passiert irgendwie nichts. Der kann nicht mehr, ja. Wo ist'n der? Ich hole mir den jetzt. In dem Haus drin. Ich hab mal ein Loch in die Wand gemacht. Ne, doch nicht. Von wegen, man kann ja alles kaputt machen. EA liegt wieder. Ich bin promotet. Okay, z. Oh. Sehr gut. So. Oh, oh, Bomber, Bomber, Bomber! Der ist raus. Wo ist er? Vor der Mauer, oder? Jetzt ist er tot. Was machen wir? C, oder? Jemand heilig? Ja, hier, ich hab grad, ja. Äh, lass... Naja, A ist ganz schön kritisch, oder? Na, der lieber C. Oh Gott, hängt da raus. Hier, geht der weiter. Ja, der hat mich. Die Obitz ist kaputt. Nein! Ich hab keine Handgranate mehr. Du bist über 6 raus. Für Novas muss das jetzt machen. Ich steh links an der Flagge, denke ich. Also bleibt ihr aushoffst. Ich hab ein bisschen Anti-Tank-Grenades. Ja, aber auch. Ich hol dich. Ich hoffe, du freust dich über den Revive. Der wird, ich bin weg. Oh Gott. Auf der anderen Seite steht ein Sniper. Auf der anderen Seite steht ein Sniper. Auf der anderen Seite steht ein Tank. Man hat zwei so ne Min-Ball. Kannst bei mir spawnen, David. Dann kannst du nochmal versuchen, den wegzunehmen. Wir verlieren die Objektiv-Fahrer. Wir verlieren die Flugzeuge. Wir verlieren die Flugzeuge. Oh, hier. Direkt bei der Frage. Ich brauche hinterher. Ich bin tot. Ich denke, keiner will mich unter den Panzer-Fahrer nehmen, oder? Ich glaube, er ist dieselbe. Oh, mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Er stand einfach vor mir. Und er hat mich genauso angeguckt. Ich hab C4 dran. Mach Zünde! Ist er kaputt? Ich hol dich. Ich hab ihm zwei herangemacht. Ja, schaffen wir es auch mal diesen blöden Tank. Ich hab keine Handgranaten, das ist das Problem. Ich hab ja auch ne Anti-Tank-Mine. Also ne leichte. Ich hab ihn gehittet. Ich brauch Amor. Warum gibt's hier nicht Amor? Der Hobbitze dreht sich aber auch schnell. Der ist fackt. Man, die Stücke. Die Hobbitze geht wieder? Da voraus, voraus. Erik ist glaube ich gerade umgefallen. Der hat die Mauer einfach weggeschossen. Wo bist denn du? Kann dich leider nicht wiederbeleben. Ich seh deine Leiche nicht. Ach, da hinten. Ja, ich hab vergessen, dass man jetzt mal Q-Track muss, um wiederbelebt zu werden. Ne, muss man nicht. Kannst du auch so revive klären. 3, 2, 3. Ja, aber das ist mir das halt nicht angezeigt durch der Karte. Achso. So. Hat hier irgendeiner Amor? Äh, nie. Da kommt noch einer aus der Wüste. Wir stehen jetzt da 5 drum. Oh Gott, aua. Lass mich in die Ecke. Lass mich in die Ecke. Lass mich in die Ecke. Ja. Oder das Haus stürzt ein, das wär auch ein Traum. Hier, revive. Wo denn? Hier, ich hab. Der Dreck, was hast du gemacht? Ich bin auch da rumgefahren. Ach hier, um die Ecke. Sniper, eine Fliegelitze. Hä? Ich konnte nicht reviven. Wir sind zwei. Direkt bei meiner Leiche, Sniper. Oh, hier rechts. Eine Waffe. Kann denn dieser blöde, da ist ja Infanterist draußen. Oh. Harter umkämpf. Scheiße, ich wurde aufgestellt. Er hat mich geweifelt. Läuft gerade echt gut. Alter, was war das denn schon wieder für'n Bug? Er hat die Waffe nicht hochgenommen. Bei mir auch nicht. Die hat so, äh, äh, äh. Ja, genau, äh. Richtig gut. Schreibt den Support bei ihr, ja. Komm raus, zwei Leute und die Waffe. Äh, äh, äh. Ja, aber richtig gut gewesen, ey. Oh. Oh. Illidan hat mich getötet, Pascal. Wat? Die dann 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 9. Ja, da, die dann. Ach du meine, bitte. Bitte. Bitte geh einfach vom T- Ja, bitte geh einfach vom T- Weißes Spiel. Wir haben aber bei F gejoint, weil wir ansonsten ja alle tot waren. Ja, läuft. Egal. Ich hab'n Fimber-Auto. Sehr gut. Warte, ich komm gleich. Ich komm auch noch. Nee, du musst stehen bleiben. Ich werde beim Einsteigen... Da ist ein Panzer, da ist ein Panzer. Fahr. Oh mein Gott, Fahr. Fahr as fucking hell you can. Nein. Nein. Deine ist noch drin. Ich komm auch da. Ja. Alles klar. Killed in Action. Ich habe diesen Screen vermisst. Er ist einfach wieder da. Oh Gott, wie wohnt sich F? Killed in Action. Oh. Ernsthaft. Ist der immer noch der Panzer bei F? Dann nehme ich mal einen Sprengmeister. Ich weiß es nicht. Ja, der ist da immer noch. Ah, da ist noch ein paar. Sogar zwei. Kannst du den auswählen? Na, herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Ich brauche mal eine erhöhte Position, um hier was zu werfen. Die Auswahl ist ja auch geil, ne? Okay, ich werfe die Granate hinterher. Der haut einfach ab. Bye bye. Oh nein, hier will ich nicht stehen. Oh nein, hier will ich nicht stehen. Großartig. Wow. Oh nein. Der gesniped. Gut, und der jetzt? Ich vermisse die Raketenwerfer ohne Scheiß. Einmal bitte die APG. Steht immer noch da. Ne, er ist kaputt. Ja, wurde gerade mit C4. Äh, Dynamit meine ich natürlich. So, jetzt spiele ich immer noch ein... Dass sie gleich von oben kommt. Da kommt was... Na, ist hier schon. Einfach rein da. Ich habe einen MG, jetzt geht's ab. Weg voraus, hinterm Stein. Kommt mal raus da, Jungs. Warte, ich rufe die mal raus. Wo sind sie? Hä? Wieder ein paar... Wieder ein paar richtige Hasen, wa? Komm, ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. Erst gefecht wollen und dann ab mal wie die letzten. Die sind aber wirklich weg. Weg wie weg? Gefühlt die sind irgendwo in den Häusern. Hallo? Wir haben objektive Butter genommen. Wir haben ein Objektive Betrachtung bekommen. Da wo Erik ist, muss irgendwo einer hocken. Nein, 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 nein. Ein Dach hier. Wo ist der hin? Wo schwinden die alle so? Hier. Bin ich kacke. Meine Fresse. Der war noch verwirrter als ich und hat... Ey. Zwei verwirrte. Vor allem sind jetzt hier irgendwie vier Gegner oder so. Ne, meine am Haus sein. Ich will töten. Warum ist meine Wand weg? Fragen über Fragen. Erik. Ich steig bei Erik ein und er hat sofort beschossen. Erik hängt auf der Leiter rum. Ne, ich stehe hier hinter dir. Oh. Okay. Kleiner Bug. Hier waren gerade drei Gegner oder so. Wo ich hier gestorben bin. Einfach um die geschossen. Zumindest ist C jetzt endlich mal raus. Vielleicht so deiner. Ah, ich wurde gemessert. Ich hab ihn. Aber wenn du gemessert wurdest, kann ich ihn nicht aufstellen wieder. Ich hab's trotzdem versucht und fast mit dem Leben bezahlt. Nein, falsch. Nein, ich leb noch. Ja, ne Brandgranate. Werf doch einen Scheiß, den ihr habt auf mich. Na, kommt noch ne Granate. Ich raste aus. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Aber ich leb noch. Da kommt noch ne Granate. Wie viel Granaten haben die bitte? Ja, wer weiß wie viele da sind. Wahrscheinlich die zwölf Leute werfen die Granaten auf dich. Also das eine war auf jeden Fall gerade ne Panzergranate. Und dann steht einer hinter mir aufm Haustach. Ja, kann doch nicht wahr sein. Leute, Leute, wo ist mein Squad? Boot. Vorher! Wo da hat er? Nur David gammelt da irgendwo rum. Hinter dir David! New Kid Rank unranked! Woop woop! Medikit 2 von c. Woop woop. So! Ich bin jetzt bei dir. Da ist einer drüben am Haus. Und dann? Unpromoted Oh, da ist ein leichtes Panzerfahrzeug An der Flagge Komm ausprobieren, ich kenn den auch noch nicht So bist du ein bisschen abgelenkt Oh, wo? Ja Fuck, 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 fuck 5 HP Easy peasy Komm hier rein, Patrick Ja, hier ist Medic Da Da, da, in der Mitte des Raums Obwohl man einen noch am besten abschließen kann So, wo ist das Schwein? Bei C noch Die kommen gleich von hinten, die haben F Die haben irgendwie alles, oder? Hast du ein Panzer? Ja Wartet mal, wer keine Handgranate mehr hat Du? Ja Er kommt zu mir, der Panzer, ich raste aus Ich bin da von zwei Nationen gebeten, ich bin nicht geworfen Ich habe das falsche Fahrzeug geschossen Geworfen Da merkt man schon wieder, dass die einfach zu viele Fahrzeuge haben Wo sind unsere Panzer? Oh, ich wohne, to bevived Alles eingenommen Ich muss nicht mal nach Hilfe rufen Patrick sieht mich einfach Genau wie der Panzer gerade wieder Ich will nicht alle Noch ein Fahrzeug, ich raste aus Boah, ich muss Gewalt von Medikett jetzt mal umtauschen müssen Ich habe ihn gemessert, er ist nicht gemessert, ich bin So, nicht, Junge Ich lebe noch Was war'n das? Was? Was? Jetzt soll er da kommen? Das Ding ist, ich sehe nur Fahrzeuge, ne? Warum wollt ihr zu A? A ist doch unser Oh, da sind Punkte, warte, ich komme Ich spawn mal bei G, weil ich versuche mal auf F zu gehen Ja Wo wir mit B? Oh, ja Oh, im Ernst I, irgendeiner steht auf mich drauf Wer ist da? I, runter Wir sind nicht genauso gut wie mit dem Pferd, das ist echt knapp Jetzt nicht mehr Wenn ich jetzt bei Patrick einsteige, falle ich wahrscheinlich runter, oder? Ich bin nicht mehr gebrochen Schön, mitten auf dem Feld Ich bin nicht mehr gebrochen Nein, ich meine, das geht Oh Ich stand einfach da, wieso? Dann halt weg können Ja, das habe ich, äh, 10 Meter gemacht und dann wurde ich erschossen Man geht mehr durch Da liegt noch Medikett, David, achso Da kommt ein Panzer zu gehen Oh, da ist ein Pferd Da ist ein Pferd Alle schließen auf das Pferd Tötet das Pferd, dann fällt der Reiter auch Er liegt da auf dem Boden, da können wir ihn töten Aua, aua, aua Fahrzeug Nichts gegen den Panzer Komm gleich mit Oh, der Mauer steht einer Richtig geil Das P-Einkelste der Brennt Äh, Erik, da liegt einer unter dir Aber der ist tot Nur Zauberste zu kommen Ich habe den Ich glaube ich 2-Dollar frei aus hier Gut gewonnen wieder Warum verlieren wir denn die ganze Zeit? Weiß nicht Patrick ist ein Team bei uns Ja Das war ja jetzt gemein Schreibt einer Learn to Play den Chat Ich gebe den gleich mal in den Chat, Alter Hört, glaub ich Hört, glaub ich Oh, oh, oh Ich glaub Daniel vorgibt schon wieder Das ist immer wieder Bein, den Highlights Kann man jetzt chatten? Ne Schade Liegt sich denn sowas aus? Battlefield 4 könnte man im Nachhinein noch eingehen Von den Kill-Deaths-Ratio 0,82 erster Platz Hä? Die Gegner, Alter Die ersten 3 Haben 29.000 Was zum Teufel Setzen die mit einem Medic in der Ecke und werfen die nur, oder was? Ich vermute mal die fliegen mit dem Flugzeug die ganze Zeit irgendwelche Runden